Department Health and Environment des AIT, Austrian Institute of Technology, am Standort Tulln, wurde 1956 gegründet und ist Österreichs größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter forschen in ganz Österreich an der Entwicklung von Tools, Technologien und Lösungen für die Wirtschaft. Innovation, biologische Kontrolle von Ragweed. Die Pollen des eingeschleppten Ragweed sind stark allergen und verlängern die Saison für Pollenallergiker bis in den Oktober. Die Ragweed-Populationen findet man vor allem auf landwirtschaftlichen Flächen und an Straßenrändern. Eine Kontrolle mit Herbiziden ist begrenzt und an Straßenrändern nicht zulässig. Als umweltfreundliche Alternative werden deshalb Bakterien aus Ragweed isoliert und auf ihre Herbizidwirkung getestet. Diese isolierten Bakterien haben erhöhte Chancen selektiv auf diese Pflanze zu wirken. Mikrobenstämme, die das Allergenpotenzial des Pollens verstärken, können so eliminiert werden. Worin liegt der große Vorteil? Wir möchten mit unserer Innovation allen Ragweed-Allergern helfen, indem wir ein Herbizid entwickeln, das in der Zukunft Ragweed bekämpfen wird.